Der Computer von Opa Wutz Peppa und Schorsch besuchen Wutz Ist das eine Kuckucksuhr? Nein, 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 nein Kuckuck, Kuckuck Kuuuuh Kuuuuh Da oben die ganze Zeit ein komisches Geräusch Kuckuck, Kuckuck Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck Kuckuck, Kuckuck Kuckuck, Kuckuck Kuckuck, Kuckuck Das erinnert mich dieses Geräusch an junge Bären aus Kanada Absolute Stille, absolut krass Opa Wutz Wir bringen sie mal in mein Das ist Opa Wutz Schuppen, in dem er Sachen repariert Ich werfe mal einen Blick hinein Mann Opa, jetzt hast du sie erst richtig repariert gemacht Oh, ein Buch über Uhren? Bücher, Bücher, überall Bücher, Bücher Gönn voll mit Bücher, Bücher Gönn Bücher, Bücher Ah, da ist es ja Nruh, ob, Ruh, alles über Uhren Opa Wutz hat die Kuckucksuhr Mama Wutz kommt um Pepper und Schorsch Zuschlagen Mama, Opa hat uns die Mama Uhr repariert Was ist das? Das ist mein alter Computer Den kann ich reparieren Er ist put Als wirklich, ob ich überhaupt einen brauche Damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben Guck mal, Oma Ist E A E Und Zahlen Ja Ja Drei Aber dass wir ihn kaputt machen Kaputt Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern Oder mit Keksen Oder Marmelade War richtig, war echt lustig Das lustige Hühnchen Auf ganz komisch, Digga Auf ganz komisch, ich drück Ich bin sehr gut in dem Spiel Aber ich tue es der Beste Vielleicht behalten wir den Oma Wutz ja mal hier Ohn Computer Wiedersehen Wiedersehen Peppa und ihre Familie sitzen beim Mittagessen What the hell is this? Hallo, hier Peppa Wutz am Apparat Oh, Peppa, ich hätte da mal eine Frage Es geht um den Computer Es ist Opa Er hat den Computer kaputt gemacht Was stimmt denn nicht mit dem Computer, Opa Wutz? Unter Eiern sieht man das lustige Hühnchen gar nicht mehr Ich bin kaputt Schalte den Computer aus Und jetzt schalte ihn wieder aus Hat das geholfen? Ich bin sehr kaputt Das hört sich gut an Vielleicht ist er endgültig hin Wir kommen vorbei und holen ihn ab Oma, wir holen den kaputt Oma ab Oh Mein Opa ist dein Opa War er schwer zu reparieren? Nein, 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 nein Überhaupt Ich hab ja ein Buch gefunden Echt Ich Also sollen wir den Computer doch nicht wieder mitnehmen Nein, 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 nein Nein Um Oma Wutz bei Das lustige Oma Wutzchen zu besiegen Ich habe viel Ihr seht Ich habe viel Arbeit zu holen Um das auf What the hell is this?